Leben schwer machen, auf den Fuß treten, was der Ringlichter halt so nicht sieht, solche Sachen. Genau dafür will Michael Eifert jetzt bereit sein, gegen Nils Schmidt aus Wismar. Das wird unser erster Kampf des heutigen Abends und bei mir ist der Mann, der dieses Christmas-Boxing immer wieder so gern organisiert als Jahresabschluss für seinen SES-Boxstall. Ulf Steinfurt, einen schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Es ist ja schon ein Stückchen Tradition bei Ihnen mittlerweile, oder? Ja, und es ist, glaube ich, auch wichtig, nochmal so einen Jahresabschluss zu finden und dann bei so einer schönen, naja, weihnachtlichen Stimmung macht das besonders Spaß. Jetzt haben natürlich, ich habe es erst schon zum Anfang der Sendung gesagt, jetzt haben natürlich viele ganz schön verdutzten in den Fernseher reingeguckt und gesagt, was ist denn das da in Magdeburg? Da sitzen Menschen in einem Saal und gucken sich die Sportveranstaltung an. Wie haben Sie das denn hinbekommen? Ja, wir haben natürlich alle aus dem Instrumentenkassen, das ist ja das neue Wort, was wir alle haben benutzt, um ganz, ganz vorsichtig gesagt, super sicher zu sein. Also Zutritt haben alle Leute mit 2G, also das heißt geimpft und genesen. Wir haben zusätzlich eine eigene Teststation hier. Wir sehen die Bilder auch gerade, die laufen gerade. Ja, wir haben, wie gesagt, alles ringsherum gemacht. Wir haben bestimmte Dinge eben, die zu unserem Hygienekonzept dazu passen, umgesetzt, um dann die halbe Kapazität fahren zu dürfen. Also 500 Gäste hier in der Halle sind mit dabei. Ich muss das wirklich sagen, wo da alles kontrolliert wird, wo wir hier reingelaufen sind, auch mit Akkreditierung, musst du alles vorweisen. Also da war ordentlich Stränge im System, aber so muss es ja auch sein und deswegen kann der Abend heute ja auch stattfinden. Sollen wir mal hören, was diejenigen sagen, die da heute hier mit dabei sein können. Karten waren relativ zügig ausverkauft. Sarah von Neuburg ist mittendrin im Getrubel. Ja, und ich habe mir zwei Mädels geschnappt aus Magdeburg, Bella und Susanne. Jetzt haben wir gerade schon vom Hygienekonzept gehört. Hat das bei euch alles gut geklappt? Seid ihr problemlos hier reingekommen? Ja, hat alles super geklappt, war alles sehr unkompliziert und ging auch alles sehr, sehr schnell. Okay, das heißt, wir können jetzt sicher hier nebeneinander stehen. Worauf freut ihr euch denn heute Abend ganz besonders? Ja, auf alle Kämpfe eigentlich, die jetzt auch schon waren und natürlich auf die beiden Hauptkämpfe. Da freuen wir uns natürlich besonders sehr. Die werden gleich hier stattfinden live im MDR. Was ist denn so euer Bezug zum Boxen? Wie hat es euch hierher getrieben? Also, wir haben ein Sonnenstudio und bei uns kommt ja Dirk Schemski und einige von Boxen, der Jürgen zum Beispiel. Aha. Und ja, wir haben gefragt nach Karten und er hat uns Karten besorgt und ich war noch nie bei sowas gewesen. Und ich bin unheimlich stolz, dass ich heute das erste Mal hier bei sein kann. Und ich wünsche toi, toi, toi. Und alles supergut, so wie die Kunden zu uns sind, so fühlen wir uns ja auch zu Hause. Und es ist wunderschön, dass ich das erste Mal leben durfte. Und ich sage nochmal Dankeschön. Ja, und wir sagen Dankeschön für diese geheimen Informationen. Jetzt wissen wir, woher diese oberkörperfreien jungen Männer ihre gute Farbe haben. Sehr schön. Ja, sehr schön. Und Sarah, du glitzerst auch so ein bisschen wie ein Weihnachtsengler. Also vielen Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Heute wieder hier eine Runde. Wir laufen auf den ersten Hauptkampf des heutigen Abends zu. Deutsche Meisterschaft eifert gegen Schmidt. Wenn man da so drauf guckt, als jemand, der viel Ahnung hat vom Boxen, wie das bei Ihnen der Fall ist. Was sehen Sie zwischen diesen beiden jungen Männern? Was könnte da passieren heute? Das ist ein Generationsduell. Also ein erfahrener Boxer, der praktisch zehn Jahre älter ist, der eine Bundesliga-Erfahrung hat als Programmateur. Wir sehen das Head-to-Heads gerade als 32 Jahre zu 23 Jahre. Also das ist schon ordentlich, ne? Absolut. Er hat auch die doppelte Anzahl an Profikämpfen. Aber wie gesagt, auch einen Vorsprung bei den Amateuren. War Bundesliga-Boxer. Hat eine große Erfahrung. Und Micha, als aufschreckendes, junges Talent, versucht natürlich das erste Mal im Seniorenbereich, wenn man es so nennen kann, als Junioren-Weltmeister seinen ersten Titel zu erlangen. Und es wird bestimmt aufregend für ihn und nicht so einfach. Und wenn man sich von der Statistik nochmal die K.O.-Quote nur anguckt. Ja, aber nicht schlecht, oder? 14 zu 2. Würde ich sagen, hat Nils Schmidt einen Vorsprung. Muss aber dazu sagen, ich glaube, dass Micha auch schon die Intensiverin die Fechte geführt hat. Ist denn dieser Schritt vom Junioren-Sein, und da ist er ja großartig mit drei Junioren-Weltmeister-Gürteln, hin zu den Senioren, ist das so ein großer... Passiert noch mal ein bisschen was dazu? Naja, das ist auf jeden Fall eine Lernphase, und man duelliert sich mit Gleichaltrigen. Und ja, es ist schon, glaube ich, auch schon vom Kopf her, ein Schritt ins Erwachsenwerden. Also muss man sich vorstellen, wie beim Fußball, wenn du die A-Nationalmannschaft spielst, und vorher dann praktisch in der U21 gespielt hast. Alles klar, so kann man sich das vorstellen. Also so kann man sich das vorstellen. Das ist schon mal eine Ehre, da aufzusteigen, also in die Champions League des Boxen sozusagen, bei den Männern. Okay. Rupstein, es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen, heute hier bei Ihrem Christmas Boxing. Dankeschön, dass Sie kurz vorher noch für uns Zeit hatten. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den heutigen Abend weiterhin. Und wir wollen mal, können Sie gerne auch applaudieren, kein Problem. Und wir gehen mal zu dem Mann, der heute hier diesen Kampf, diesen ersten Kampf kommentieren wird. Thorsten Büssel steht schon bereit, Thorsten. Jetzt haben wir gerade eine ganze Menge über Michael Eifert ja gehört. Was glaubst du denn, der Nils Schmidt, wie viel, ich sage jetzt mal, wird er Ihnen entgegensetzen, damit das nicht so gut funktioniert, von dem Junioren sein, ins Erwachsenenleben hineinzukommen, ins Profiboxen? Ja, dieser Nils Schmidt ist natürlich einer, der eine große Erfahrung hat. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn man sich die Gegner anschaut, gegen die er hergeboxt hat, das ist so eben ein bisschen wie die Regionalliga des Boxens eigentlich nur gewesen. Und ich glaube, das ist der Vorteil bei Michael Eifert. Der weiß, das ist einer, der wird mich immer mal wieder auch provozieren. Haben wir gestern auch beim Wiegen gesehen, da kam Nils Schmidt an, hat mal ein bisschen den Haaren gezuppelt, war erst mal ein bisschen überrascht. Aber das war so ein Vorgeschmack auf das, was heute ihn im Ring erwartet. Wir freuen uns drauf, Thorsten Büssel ist Ihr Kommentator. Los geht's, jetzt übernimmt Lars-Christian Kader. Junioren-Weltmeister ist er schon, Michael Eifert. Jetzt will er den ersten Titel bei den großen Jungs. Beim Duell um den schwarz-rot-goldenen Gürtel. Sein Gegner noch ungeschlagen. Nils Schmidt aus Wismar. Die Deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht. Eifert gegen Schmidt, jetzt live in Sportemosten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie live aus dem Maritim-Hotel in Magdeburg. Guten Abend. Herzlich Willkommen. Wir kommen zum Kampf um die Deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht. Zehn Runden sind angesetzt in dieser Gewichtsklasse. Und wir kommen zum Walk-in auf dem Weg in die rote Ecke to the Red Corner. Bitte begrüßt Sie. Du bist Holger Maus Wismar from Wismar, Germany. Nils Schmidt. Und wir kommen zum Kampf um die Rote Ecke. Und wir kommen zum Kampf um die Rote Ecke. Und wir kommen zum Kampf um die Rote Ecke. Und jetzt auf dem Weg in die blaue Ecke to the Blue Corner aus Bautzen from Bautzen, Germany. Bitte begrüßen Sie den dreifachen WBO, WBC und EBF Youth Champion Michael Eifert. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen im Ring. Willkommen im Ring. Michael Eifert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun bitten, sich zu erheben. Bitte rise from your seats for the National Anthem of Germany, für die deutsche Nationalhymne. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen nun die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. Supervisor für den BDB ist Beate Pöske. Die Punktrichter Caroline Pütz, Dieter Adam und Peter Milord. Wir kommen nun zu den Kämpfern. Unser Mann in der roten Ecke ist 32 Jahre alt und er wog gestern beim offiziellen Wiegen 79,3 Kilogramm. Er ist 1,77 Meter groß. Seine Bilanz, 20 Kämpfe, 20 Siege, 14 davon durch Knockout. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke aus dem Team Deutschland, Michael Eifert. Ja, die Kämpfer sind bereit. Der Ringrichter ist Mustafa Erenal. Meine Herren, die Regeln sind euch bekannt. Bleibt fair und sauber. Ich werde auch fair zu euch sein. Stoß euch die Fäuste. Viel Glück. Der Erfolg ist nur gemietet. Und die Miete, die ist jeden Tag fällig. Das hat Ali Celik, der Trainer von Michael Eifert, ihm immer wieder in den letzten Tagen mitgegeben. Heißt nichts anderes für den Gewinn des Junioren-Weltmeistertitels. Dieser drei Gürtel. Dafür kannst du dir heute gar nichts mehr kaufen. Das hier ist heute eine völlig neue Aufgabe. Und nachdem er also das Höchste, was es gibt, im Juniorenbereich eingesammelt hat, hat Michael Eifert heute direkt vor, bei den großen Jungs, bei den Erwachsenen, sich den ersten Gürtel zu sichern. Michael Eifert, der Junioren-Weltmeister in der schwarzen Hose, hier auf der linken Seite mit den blauen Handschuhen. Und es geht gegen Nils Schmidt, den 32-jährigen, den erfahrenen Mann, der in Wismar geboren wurde, lange dort gelebt hat und vor einem Jahr dann in den Süden der Republik umgezogen ist und seitdem in Karlsruhe lebt und trainiert. Nils Schmidt, Sie haben es vielleicht in einem kleinen Video direkt vor dem Walk-In der beiden Boxer gesehen. Gestern mit einer kleinen ersten Provokation, die hat Michael Eifert kurz mal nach dem Wiegen überrascht beim Stairdown. Plötzlich der Griff in die Haare. Und sowas erwarten Sie heute auch durchaus in diesem Duell. Das ein oder andere Unfaire, das Provozierende, darauf ist er vorbereitet. Jetzt Michael Eifert, der in Kempten inzwischen lebt, direkt über dem Gym von Ali Celik in Kempten eine Wohnung bezogen, hat kurze Wege, konzentriert sich voll auf den Sport. Sehr fokussiert einer, der sich leicht führen lässt, der die Dinge aufnimmt, weit aufgerissene Augen. Beide Boxer in der Normalauslage, linke die führend, die rechte die Schlaghand. Jetzt mal der Versuch von Nils Schmidt hier mit einem überfallartigen Schritt nach vorne aufs Ohr des Gegners zu kommen. Das kann durchaus gefährlich sein. Und Michael Eifert fehlt noch ein bisschen die Bindung, fehlt noch ein bisschen so das Distanzgefühl. Sehr unorthodox, wie Nils Schmidt da vor ihm ganz tief in die Knie geht, vor ihm den Oberkörper in Hüfthöhe schwingt. Michael Eifert von der Ausbildung vom Boxerischen her, der klar bessere Nils Schmidt, der erst sehr spät zum Boxen gekommen ist mit 17 Jahren. Er hat zwar mehr Kämpfer in der Statistik, aber die größeren Aufgaben, die hat Michael Eifert in seiner Karriere bereits erledigen müssen. Zwei Mal gegen Tom Jemski. Das erste Duell durchaus ein bisschen umstritten, knapp verloren. Das zweite und das war der größte Erfolg, das hat ihm diese drei Gürtel gebracht. Im Juli der Gewinn der drei Junioren-Weltmeistertitel. Erste Runde vorbei, die ersten drei Minuten. Beide noch mal abtasten, wir hören mal rein bei Ali Celik in der Blaunecke. Wenn er sich so klein macht, provoziere ihn ein bisschen, dass er wieder aufsteht, okay? Und dann, wenn du in die Luft schlägst, dann zum Körper, ja? Der macht sich ziemlich klein, rechts funktioniert. Okay, bisschen mehr provoziere. Lass ihn erst aufstehen. Ja gut, der Jap funktioniert, der Box einfach, ja? Die Distanz da ist, wenn er aufsteht, dann schießt du ihn ab. Ist alles gut? In der Ecke war Michael Eifert neben Ali Celik hier der Cutman, das ist Mike Brückmann. Sehr ruhig, sehr klare Ansagen, ohne Hektik. Die beiden, die lange zusammengearbeitet haben. Dann war Michael Eifert mal für eine Weile nach Magdeburg gekommen, hat ein Jahr bei Robert Stiekels trainiert, aber brauchte dieses familiäre Umfeld in Bayern. Familie lebt ja in Kornborn schon. Und ist dann im Herbst 2019 zurückgegangen. Und seitdem läuft es gut für ihn und für seine Trainer, für Ali Celik. Michael Eifert, der natürlich insbesondere in diesen ersten Runden aufpassen muss. Das sind die Distancen, die Nils Schmidt kennt. Der ein bisschen kleiner ist, fünf Zentimeter weniger. Reichweite, diese langen Arme von Eifert, die haben Sie beim Widerstudium immer wieder gesehen. Ranrobben muss, um in Schlagdistanz zu kommen. Wir stellen mal die Rechte rüber. Bessere Boxschule ganz deutlich zu sehen. Natürlich bei Eifert, 23 Jahre, erst alt. Und dann ist er noch ein bisschen zu sehen. Und dann ist er noch ein bisschen zu sehen. Wie geht man damit um, wenn so ein Gegner sich so tief heruntergeht? Das leichte Provozieren, wie er es Ali Celik genannt hat. Einfach mal auf den Aufmerkshaken setzen. Da unten kann er kaum noch wegpendeln. Die Chance, nach hinten auszuweichen, ist kaum da dann für Eifert. Das sind die Aufgaben, die sich heute stellen. Gegen diesen erfahrenen Mann mit der weißen Hose. Gegen viel auf die Deckung. Eifert. Gut bewegt von Eifert. Schlag ausgewichen. Gegen komplett ins Leere. Rechts unten hier in der Ecke hören wir Ruven Saburov, der zum ersten Mal in der Ecke steht bei Anis Schmidt. Und der jetzt trifft. Und dazu auch die Worte von Maja Milenkovic, die jetzt ihren Freund und Betreuer für ihre eigenen Kämpfe, sie ist nämlich auch Boxerin, in Not sieht. Es ist das erste Mal gewackelt da. 30 Sekunden vor Ende dieser zweiten Runde. Das ist der Mann, der sich jetzt aber locker in die Ecke begeben kann. Und wir sind mal beim Mann, der im hohen Norden groß geworden ist und jetzt im Süden lebt, wie es schwebt. Meja Milenkovic, selbst Profiboxerin, WBA-International, Titel im Super-Bund-Tam. So, jetzt hören wir mal rein zu Provinza Borov. Er kriegt bei einem linken Haken sehr gut. Auswachen, auswachen, linken Haken rechtsgerade, oder linken Haken rechts, Aperkurt. Du musst Hände werfen. Hast du mich verstanden? Hände werfen. Okay? Links Haken rechtsgerade. Mein herren Boxer. Ein kurzes Davai vom Mann, der aus Usbekistan kommt. Das ist das, was Nils Schmidt auch in Sachen Russisch ganz gut versteht. Die Frau, die wir gerade gesehen haben, ist, wie gesagt, seine Partnerin. Die beiden wollen im nächsten Jahr in Serien heiraten in der Heimat von Meja Milenkovic. Und als Deko auf den Hochzeitsfotos würde sich natürlich so ein Gürtel des deutschen Meisters sehr gut machen. Aber bis dahin ist ein weiter Weg. Schön mal auf die Leber gesetzt, diese linke Hand von Eifert. Sehr variabel jetzt in dieser Phase. Macht er sehr gut. Hände robben – Leber gesetzt … Eifert von der Regmade, meistens derjenige, der das Zepter in die Hand nimmt. Das war der Mann, der den Kampf führt, der der Aktivere ist. War wirklich eine Schlagwirkung. Nils Schmidt das erste Mal am Boden. Das mit dem Werfen der Hände hat er jetzt ein bisschen zu wörtlich genommen. Das war die erste Niederlage in seiner Karriere für Nils Schmidt. Und dann noch eine vorzeitige. 1,20 und jetzt ist der Kampf vorbei. Harter Treffer von Michael Eifert, der noch mal in die neutralen Ecke geschickt wird. Aber Hans-Georg Dammerz ist sofort bei ihm. Der Ringer hat es gemeinsam natürlich mit Maja Milenkovic. Hat die Augen offen. Beine oben scheint es da zu sein. Gibt zumindest die entsprechenden Signale. Das ist natürlich eine ganz härte Situation. Auch für die Freundin, die das jetzt hautnah am Ring miterlebt. Aber die beiden sind beide professionelle Boxer. Wissen, wie sie mit so einer Situation umzugehen haben. Michael Eifert kommt jetzt hinüber. Ganz fairer Typ. Der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr für Michael Eifert, der das in der ersten Runde in Ruhe aufgebaut hat. Das war ein großer Schreck für beide, wahrscheinlich für die, die zuschauen musste, noch mehr. Hier nochmal. Die rechte war es an die Schläfe. Achtung, der Schlag war es. Und dann gehen kurz mal die Lichter aus. Zwei Treffer. Das zweite Mal am Boden. Es ist die erste Niederlage für Nils Schmidt, der bislang alle seiner 20 Kämpfe gewinnen konnte. Eine eigene K.o.-Quote von 70 Prozent hatte. Im Augenblick noch in der Ecke. Die Betreuer, sie nesteln da an den Handschuhen. Jetzt kommt Nils Schmidt hinüber. Und wir haben das offizielle Urteil mit Lars Christian Karde. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen großen Applaus für beide Boxer. Wir kommen zum Ergebnis. Sieger durch K.o.-K.o.-K., in Runde 3 nach 1 Minute 53. Und damit, neuer deutscher Meister im Halbschwergewicht, Michael Eifert. Michael Eifertz! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das war ja also der Sieg für Michael Eifertz, der in seinem zehnten Kampf gleich mal den ersten Titel auch bei den Großen gewonnen hat und der hat eine Kurzarbeit gehabt heute und ist jetzt wahrscheinlich noch überhaupt nicht aus der Puste, wenn er bei Sabrina Bromowski mal über die Erlebnisse dieser zweieinhalb Runden spricht. Da hat er die Glocken mal läuten lassen kurz vor Weihnachten, der Michael Eifertz und hat sich den deutschen Meistertitel eingesagt als wahrscheinlich schönstes Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, das Schönste, was man sich erfüllen kann, weil ich schreibe mich schon lange nach solchen Gürteln und jetzt kann ich sie endlich in Erfüllung bringen mit SS-Boxing. Ja, muss man sagen. Und Sie haben ja auch gar nicht lange gebraucht. Hat es Sie überrascht, dass Sie so viel Kurzarbeit heute nur leisten mussten? Ja, ich war gut, sehr gut vorbereitet. Mein Trainer hat mich gut eingestellt und das habe ich jetzt alles heute durchgesetzt. Ja, Mundschutz raus, da kann man ihn vielleicht besser verstehen, aber es hat bisher trotzdem gut geklappt. Alic Schelek, herzlichen Dank. Wie werden Sie denn Weihnachten jetzt feiern, Michael Eifertz? Wo kommt der Gürtel hin? Kommt der direkt auf den Weihnachtsbaum? Erstmal kommt es zu meiner Familie, das zeige ich dazu natürlich meiner Mama und meinem Papa. Und dann kommt es wieder ins Gym, wie die anderen Gürteln auch, ins Dynamic Gym bei uns. Um die anderen Boxer dort zu motivieren. Und ich habe gesehen, dass da eine Frau sich ganz, ganz doll gefreut hat. Wer war denn das? Das ist von meinem Trainer, die Frau. Genau. Also es ist nicht meine Frau, sondern von meinem Trainer. Hab ich verstanden. Dankeschön, Michael Eifertz. Sie suchen noch? Ja, ich bin noch Single. Okay, er ist noch Single. Also vielleicht Bewerbungen werden eingegangen jetzt. Das war Michael Eifertz, aber sehr wichtig, das nochmal klarzustellen. Das Duell klar entschieden in Runde 3 mit diesem krachenden Knockout gegen Nils Schmitz, der zwei, drei Minuten am Boden lag, schnell versorgt wurde vom Ringerarzt von Hans-Georg Damertz. Und dann aber auch ganz schnell wieder auf den Beinen war. Und wir freuen uns, dass er jetzt ganz passabel aussieht und auch parat steht bei Sabrina Waromowski. Und er wurde natürlich versorgt von seiner Freundin Maja. Und da zeigt es mal wieder, dass es gut ist, starke Frauen auch in seinem Umfeld zu wissen, oder? Ich weiß nicht, wen du meinst, aber ja. Maja, guck mal, da steht's. Ich hatte heute ein bisschen mehr Angst vor meiner Frau als vor meinem Gegner, ehrlich gesagt. Sie hat harter Anweisungen gegeben in der Ecke, habe ich gesehen, ja? Also wenn zwei Boxer zusammen sind und zusammen wohnen, ist es ungefähr wie Godzilla gegen King Kong jeden Tag. Aber ich liebe sie über alles. Danke, Maja, für die ganze Vorbereitung. Und ja, Glückwunsch an den Michael, super Typ, talentiert. Ich hatte leider nur drei Wochen Zeit für die Vorbereitung. Hat leider nicht geklappt, alles umzusetzen, was wir uns erhofft haben. Aber vielen, vielen Dank, Magdeburg, endlich wieder hier im Osten zu sein. Ich liebe euch. Dankeschön! Sagt der Mann aus Wismar. Trotzdem, wie enttäuscht sind Sie, dass es dann in so kurzer Zeit vorbei war heute hier gegen Michael Fack? Ja, ich habe ja 20 Kämpfe, davon 14 K.O.s. Eigentlich ist es ja umgekehrt, aber Michael war bis jetzt und wird auch, glaube ich, der Stärkste sein, den ich jetzt gekämpft habe und auch werde. Michael, nochmal vielen Glückwunsch. Du bist die Zukunft und alles Gute euch. Also ist diese eine Niederlage wegzustecken. Ja, das gehört dazu, es ist Sport. Es ging hier nicht um Leben und Tod, es war nur Sport. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein fairer Sportsmann. Und ja, es ist trotzdem ein sehr schöner Abend. Danke euch! Das Titelsammeln soll weitergehen für Roman Fress. WBO-Interconti-Champion ist er schon. Jetzt die Jagd auf den nächsten Gürtel. Sein Gegner Adam Usenow aus Torgau. Die internationale deutsche Meisterschaft im Cruiser-Gewicht Fress gegen Usenow gleich live in Sport im Osten. Vorher wollen wir noch mal Mildol Steinfurt darüber reden, was gerade da im Ring passiert ist. Sie kommen gerade aus dem Ring. Überrascht, dass du so schnell gegangen bist? Absolut. Also hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, man hat gesehen, Michael war fokussiert. Ich habe gedacht, dass der junge Mann vielleicht doch erstmal Probleme kriegt und dass er abwartet, dass Michael sich auspowert. Aber dann ist er, glaube ich, an der Stirn das erste Mal erwischt. Ich wollte gerade sagen, haben Sie das erste Mal gesehen? Also nicht so richtig, aber es war irgendwie an der Stirn oder Schläfe. Und dann war das Ding gelaufen. Also ich hatte das Gefühl, dass er ein bisschen abwarten wollte, mich ja kommen lassen wollte. Und dann, aber naja, so ist es. Also schön für Micha. Die Zuschauer hätten vielleicht gerne mehr gesehen, aber so ist Boxen. So, das kann mal wieder passieren. Wir gucken noch mal, wir legen die Bilder noch mal drüber. Aus der dritten Runde, 1.20, waren dann noch auf der Uhr. Und dann hat sozusagen, ging mal kurz die Lichter aus, aber es geht ihm wieder gut, alles in Ordnung. Da kommt, das passt alles so mit zusammen. Und diese Fokussierung, von der Sie gerade gesprochen haben, die führt dann am Ende dazu, dass man halt diesen Moment genau findet, wenn man da reinstehen muss. Ja, also da sieht man es, glaube ich. Ja. Das war der Wücher an der Stirn, glaube ich, oder sowas. Und das kann dann schon das erste Mal das Licht ausknipsen. Wie gesagt, also, ja, ich habe jetzt mehr erwartet von ihm, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, mit 20 Probekämpfen und 14 Probekämpfungen. Genau, und muss ich jetzt ehrlich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war auch, ja, vielleicht zu beeindruckt. Und auch die Leichtigkeit, weil er sagte, er hätte mehr Angst vor seiner Frau gehabt, als vor seinem Gegner. Das war ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich, haben wir nicht alle ein bisschen Angst vor unseren Frauen? Also, ich weiß nicht, ich nicht, nee. Ist das bei euch so? Nein. Wir reden ja über viele Beziehungen gerade hier so kurz vor Weihnachten. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man ein gutes Team ist, dann hat jeder gegenseitig Respekt verdient und dann funktioniert das schon. Nee, aber Spaß beiseite, also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich hatte es schon mehr erwartet. Ich freue mich natürlich für Michael, der hat das natürlich auch klasse gemacht. Man muss das ja auch die Seite sehen. Er hat das konzentriert runtergespult, was sie einstudiert haben und hat ihn dann klassisch gefinished. Also, der Schritt in die Erwachsenenwelt des Profiboxens ist dem Michael gut gelungen heute. Sehr gut gelungen, ja. Wir können mal einen Haken dran machen, sagen Dankeschön, dass Sie so kurz noch nach dem Ring direkt zu uns gekommen sind. Der nächste Boxkampf wartet ja auch wieder live jetzt hier gleich bei Ihrem Christmas Boxing. Roman Fress kommt gleich in den Ring, aber vorher natürlich wollen wir unseren Weihnachtsengel hören. Sarah von Neuburg, bitteschön. Ich starte erst mal mit der guten Nachricht, also dieser Mann und ich, wir sind kein Paar und wir haben auch keine Angst voreinander. Uli Wegner, richtig? Ich bin natürlich sehr schüchtern in meiner Art, nicht? Das kennen wir. Wir reden nicht gern, wir sind sehr schüchtern, müssen es jetzt aber doch auch mal tun. Wir haben gerade einen kurzen Kampf gesehen. Waren Sie sich in den letzten Jahren genauso überrascht, dass das jetzt so schnell ging? Ja, ich bin eigentlich überrascht, weil der Gegner von Mischer eine sehr gute Bilanz hatte. Er hat aber den Kampf sehr gut aufgebaut vom ersten Arm und hat natürlich die Chance, die sie geboten hat, genutzt. Es war an und für sich eine sehr gute Gesamtleiter, weil es noch nicht lange war, aber der Kampf hat sehr gut gestaltet und hat es gut gemacht. Was soll man sagen? Wir werden natürlich auf seine Entwicklung in Zukunft aufpassen, wie er wird. Ich nehme an, er hat eine große Perspektive. Also da hören wir nur lobende Worte und René hat es gerade schon gesagt, jetzt geht es ja gleich weiter mit dem zweiten Hauptkampf heute Abend. Für Team Deutschland ist es gut losgegangen. Jetzt kommt der Kapitän Roman Fress. Was erwartest du von dem nächsten Kampf? Na, wie schon gesagt wird, man erwartet von dieses Team viel. Und er ist als Kapitän natürlich auch Vorbild. Und ich hoffe, dass er heute das mit seiner Leistung beweisen wird. Ich drücke Ihnen einen Daumen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und zwar genau jetzt. Es geht weiter im Programm. Und ich glaube, Beziehungen können wir auch in den nächsten Minuten nicht ganz außer Acht lassen. René Kindermann? Es zieht sich sozusagen wie ein roter Faden durch diesen Boxabend genau. Denn die Frau von Roman Fress ist gleich bei uns. Aber vorher stimmt sie Thorsten Püschel mal auf diesen Boxkampf ein. Ein besonderer Mensch dieser Roman Fress, der jetzt sozusagen der Kapitän vom Team Deutschland ist. Und der hat nicht nur boxerische große Fähigkeiten und ist unglaublich sympathisch. Schauen Sie mal. Boxen ist selten geradlinig. Zwei Schritte nach vorn, dann stockt es mal, dann tritt man auf der Stelle. Das kennt auch Roman Fress. Zunächst ein Jahr wie im Rausch. Siege, spektakuläre Knockouts und Titel. Dann steht da im Oktober Luca D'Ortenzi. Und der Italiener gibt dem Partycrasher. Alle haben gedacht, so wird es weitergehen. Nee, es gibt auch schwierige Gegner. Und mit denen kann man nicht so leicht klarkommen. Und das war einer davon, die Italiener. Boxen, das ist anpirschen. Agieren, auch mal geduldig sein. Fünf Jahre steht Fress inzwischen im Profi-Ring. Im letzten Jahr endlich der große Knall. Dreimal Knockout gegen Wenzel, Kadria und Guauș. Dann aber der mühsame Gang mit D'Ortenzi. Der Austalte wenngleich nur selten wirklich traf. Am Ende ein glanzloser Punkt-Sieg. Mitnehmen, runterputzen, weitermachen. Mental war da vorbereitet. Wollte kämpfen, war bissig. Hat natürlich nicht viele Schläge gemacht. Aber dennoch hat man mental gemerkt, dass er auf jeden Fall wollte. Er wollte siegen. Er ist nicht gekommen, um irgendwie ein bisschen zu boxen, ein bisschen sich gut zu präsentieren. Eine Boxkarriere, die ruckelt schon mal. Da ist es gut, einen wie Robert Stieglitz in der Ecke zu haben. Einer, der selbst Weltmeister war, der das Business kennt, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und dennoch klare Ansagen macht. Wenn geht's los mit Boxen, dann musst du gleich da sein. Und nicht erst so ein, zwei Schläge kassieren, um da zu sein, um wach zu werden. Den Gegner von der ersten Sekunde an bearbeiten, das ist die Aufgabe für heute Abend. Ein Sieg gegen Usumov. Der nächste Schritt. Hin zu den heiß ersehnten, ganz großen Kämpfen. Ich hab schon meine Frau infiziert. Die schaut sogar mit mir boxen und sagt, ja, der ist doch Europameister in deiner Gewichtsklasse. Ich sag so, ja, vielleicht in ein, zwei Jahren oder vielleicht nächstes Jahr, wer weiß. Ja, aber du kannst ihn schlagen, sagt meine Frau. Du bist viel besser, guck dir doch mal. Die motiviert mich auch. Voll motiviert scharrt er mit den Hufen. Sofort präsent sein. Souverän siegen, den Gürtel verteidigen. Der nächste Schritt in der Boxkarriere des Roman Fress. Ich hab Ihnen versprochen, das ist ein total sympathischer Mann. Und der hat natürlich eine unglaublich sympathische Frau. In der Fress ist Bayern so einen schönen guten Abend. Das heißt, Sie können uns ja jetzt ganz qualifizierte Auskunft geben, was hier heute passieren wird im Ring. Also ich vertraue ihm. Und ich hoffe natürlich, dass er gewinnt. Und natürlich auch vorzeitig. Weil für mich ist es immer besser. Umso früher umso besser. Und ja. Ist ja auch gleich Mitternacht. Irgendwann muss man ja auch mal ins Bett ziehen. Ja, genau. Das kommt ja noch mit dazu. Wie war er denn so in der Vorbereitung auf diesen Kampf? Er ist ja jetzt der Kapitän vom Team Deutschland. Ist das noch mal was Besonderes? Hat er noch mal fokussiert, so diesen letzten Kampf im Jahr? Also er ist vor jedem Kampf fokussiert. Er nimmt auch jeden Gegner natürlich super ernst. Also er hat auch noch nie irgendwie abwertend über einen Gegner gesprochen. oder siegessicher gesprochen. Also immer total respektvoll. Und das ist einfach Roman. Er hat vor jedem Respekt. Und das sollte er auch haben, weil man kann auch mal einen falschen Schlag erwischen. Haben wir gerade gesehen. Da kam ein 32-Jähriger mit 20 Profikämpfen gegen einen 23-Jährigen. Und dann macht es Klingel-Bim in der dritten Runde und dann war es aus und vorbei. So schnell kann das im Boxen halt immer wieder gehen. Ja. Was glauben Sie denn, was hat denn Roman im nächsten Jahr eigentlich schon vor? Kann man schon so weit vorausgucken? Ich glaube, das weiß Herr Steinfeld besser als wir. Also die können das ganz gut einschätzen. Roman ist super fit. Ich denke, wenn jetzt diese ganze Pandemie nicht wäre, dann wäre er schon zwei, drei Schritte weiter. Hört ein bisschen auf, ja. Aber wir sind trotzdem super dankbar. Er hat letztes Jahr dreimal gekämpft, dieses Jahr dreimal gekämpft. Und ja. Und natürlich auch super dankbar, dass wir jetzt noch kurzfristig einen Gegner bekommen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Dass er dann trotzdem boxen kann. Ja. Wir gucken mal rein. Wir haben noch ein paar Kabinenbilder. Trainiert der eigentlich auch zu Hause? Haben Sie da auch einen Boxsack und einen Keller hängen und müssen da? Ja. Also er trainiert immer zu Hause. Geht auch immer regelmäßig ins Fitnessstudium. Meistens macht er zu Hause Kraft-Ausdauer-Training. Und dann, also die Grundvorbereitung, wenn es dann richtig in die Vorbereitungsphase geht, dann geht er auch nach Magdeburg und ist dann halt mit Robert und trainieren dann zusammen. Aber er ist ständig am Trainieren. Ja. Finden Sie Boxen so richtig cool mittlerweile? Richtig cool. Ja. Und ich stecke jeden an und ich glaube, ich nerve wirklich jeden. Also ich poste alles. Ich teile alles. Und ja, ich glaube, ich habe auch schon einige infiziert damit. Ja, so soll es doch sein. Das ist doch sehr schön, wenn das so gut funktioniert. Sie haben ein Patenkinder, haben Sie heute mit? Ich habe zwei mit. Zwei Patenkinder heute mit? Ja, von sieben. Wir haben sieben. Sieben Patenkinder insgesamt. Zwei sind mit dabei. Dürfen heute mit zugucken. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. Toll, dass Sie zum Interview noch bereit gestanden haben. Weihnachtsgeschenke alle schon besorgen? Fast. Fast alle. Vielleicht kommt heute noch eins dazu. Wir sind mal sehr gespannt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Herr Fress, wir gehen mal auch den Weg wieder rüber zu Ike Gallai in dem Fall. Das ist der Mann, der diesen Kampf heute hier kommentieren wird für Sie, Ike. Jetzt haben wir gerade schon gehört, Roman hat eine Menge vor. Da ist eine Menge Potenzial da. Der will natürlich unbedingt auch mal Richtung Weltmeisterschaft gucken. Was erwartet denn die Boxwelt von dem Roman Fress heute hier im Ring? Ja, Roman Fress, das haben wir ja in der Woche gesehen, war viel an der Gitarre unterwegs. Und für ihn kommt es heute an, auch im Ring den richtigen Rhythmus zu finden. Gegen den Ottenzi ist ihm das ja gegen Italiener nicht wirklich gelungen. Das ist heute quasi Pflicht gegen einen Durchschnittsgegner. Den sollte er durch K.o. besiegen oder eben diesem K.o. ganz nahe kommt. Hat Herr Lehner Fress auch gerade gesagt. Sie erwartet und sie hätte gerne ein K.o. Sie möchte das natürlich. Sie möchte das natürlich gerne. Wir gucken mal gemeinsam auf die Statistik noch mal so ein bisschen drauf. Was spricht denn von den Zahlen her für Roman Fress eigentlich an der Stelle? Für Roman Fress spricht fast alles. Er ist der jüngere Boxer, er hat die deutlich bessere Bilanz, er ist noch ungeschlagen. Sein Gegner Adam Uzumov kommt aus Torgau, hat relativ spät mit dem Boxen erst begonnen und ist einer, der hier auch kurzfristig eingesprungen ist. Das muss man zu seiner Ehre sagen. Und er will, er will unbedingt. Er sagt, ich kann durch K.o. gewinnen. Der war in Russland mal im Dreikampf, im Kraft-Dreikampf russischer Meister. 2003 schon ein bisschen her. Aber er hat unglaubliche Power und die will er heute im Ring zeigen. Wir sind sehr gespannt. Du hast unglaubliche Power in der Stimme und wirst das jetzt gleich rüberbringen. Ihr Kommentator gleich für den zweiten Hauptkampf des heutigen Abends. Und vorher übernimmt natürlich noch mal Lars Christian Kahn im Ring. Viel Spaß! Her mit dem nächsten Titel. Roman Fress greift wieder an. WBO Interconti Champion ist er schon. Jetzt die Jagd auf den nächsten Gürtel. Sein Gegner Adam Uzumov aus Torgau. Die internationale deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht. Fress gegen Uzumov jetzt live in Sport im Osten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Willkommen zum International German Championship im Cruisergewicht. Dieser Kampf geht über zehn Runden. Und wir kommen zu Borg Inn auf dem Weg in die rote Ecke. Ich bitte begrüße Sie, bitte willkommen aus Torgau. Von Torgau, Deutschland, Adam Uzumov. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Willkommen im Ring, welcome to the Ring. Und jetzt auf dem Weg in die blaue Ecke. To the blue corner aus Magdeburg from Magdeburg, Germany. Bitte begrüßen Sie den Kapitän vom Team Deutschland. Hier ist Roman Fress. Das ist Roman Fress. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Supervisor für den BDB, Beate Pöske Die Punktrichter, Peter Milord, Dieter Adam und Goran Filipovic Wir kommen nun zu den Kämpfern Der Mann in der Roten Ecke ist 38 Jahre alt Und wohnt gestern beim offiziellen Wiege 90,7 Kilogramm Er ist 1,74 Meter groß, seine Bilanz 35 Kämpfe, 20 Siege, 9 davon durch Knockout Bitte begrüßen Sie, welcome again, Adam Osumov Unser Mann in der Blauen Ecke ist 27 Jahre alt Und wohnt gestern beim offiziellen Wiege 90,4 Kilogramm Er ist 1,91 Meter groß, seine Bilanz 14 Kämpfe, 14 Siege, 8 davon durch Knockout Meine Damen und Herren, in der Blauen Ecke Roman Fräß Die Kämpfer sind bereit Der Ringrichter ist Frank Michael Maas Dieses Jahr begann für die Familie Fräß am 21. Januar mit der Geburt von Iva Roman Fräß Und es soll enden, möglichst, das haben wir gehört, mit einem vorzeitigen Sieg von Roman Fräß In diesem Kampf gegen Adam Osumov Der 16 Zentimeter kleiner ist, aber diese angesprochene Power hat Schwerer ist als Fräß selbst Vor dem letzten Kampf gegen diesen Italiener Luca Dortensi Da hat sein Trainer, da hat Robert Stieglitz den Aufferzhaken gefordert Als finales Instrument Er kam einfach nicht Diesmal will er, dass Roman Fräß sofort mit der Führungshand beginnt Und das tut er auch, setzt das genau um, was Stieglitz fordert Und genau diese Hände, diese eingesprungene Rechte Die Osumov jetzt hier zum zweiten Mal probiert Die könnten sein Mittel sein Für ihn natürlich die große Chance seines Lebens Sich hier zu präsentieren, einen Fernsehkampf zu bekommen Osumov, der einst nach Chemnitz kam Im Aufnahmelager lebte Sich inzwischen ein eigenes Leben aufgebaut hat In Törgau, eine Security-Firma führt Der gebürtige Tschetschene in Neubeere Im Gudermeski-Rajon 1500 Kilometer südöstlich von Moskau gelegen Seine große Lebenschance, die er versucht zu nutzen Immer wieder jetzt zum dritten Mal die Rechte hineingeworfen Aber Fräß ist schnell genug, weicht aus, geht zurück Will auf keinen Fall getroffen werden Sich diesen Osumov mal in aller Ruhe ansehen Mit der Führungshand bearbeiten So wie ihr das bisher in dieser ersten Runde souverän präsentiert Das ist die aufgabe von rfb Da ist er wieder, Osumov Sympathischer Kerl dieser Osumov Der ganze Medienrummel in der Woche vorher Mit dem Weihnachtssingen, den Interviews Das war ihm fast ein bisschen peinlich Aber er hat sich da genauso gut durchgekämpft Wie durch diese erste Runde Zeigt hier an, das war ein Tiefschlag Das war ein Tiefschlag Wird von Roman Fräß so akzeptiert Gibt ihm eine Pause Adam Osumov und der hat damit diese erste Runde überstanden Nochmal dieser Blick Sorry Und jetzt gibt es die erste vermutlich ganz ruhige Anweisung von Robert Stieglitz Und jetzt tief einatmen Du siehst, du siehst Und das was er Oh, rechter aufziehen Zieh mal rechter auf Wenn er schützt Boom, mit rechts, rechts, links Rechts, links, ja Versuch mal Seite, Seite, Seite Passt, ne Immer jab, jab ist wunderbar Jab, jab Boom Der frisst den also komplett auf Und das Bam, bam Rechts, links Haken 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 Sie verstehen sich blind Robert Stieglitz, der seinen Boxer in dieser Kampfwoche nochmal eingeladen hat Und zu sich nach hause Um ihn auch moralisch nochmal ein bisschen zu stärken Denn Stieglitz ist einer der nach den Kämpfen gern gleich schon im Ring Seinen Boxer signalisiert, was ihm da nicht gefallen hat Und da hat es nach dem sieg gegen Luka Dortensi eine Weile gedauert bis Roman Vressau aus dem Ring konnte 2, 3 Minuten wurde er von seinem Trainer zugetextet, was da besser zu machen ist. Und diese Zusatzzeit, die will sich Roman Fress heute gerne sparen. Neben Lena auch sein Vater. Willi mit am Ring. Er, der ihm dieses boxerische und auch musische Talent vererbt hat. Mama Natalia hat es aus Furcht vor den Schlägen gegen ihren Sohn noch nie in eine Boxhalle verschlagen. Im Moment müsste sie nicht sonderlich viel Angst haben. Immer wieder schön die Führungshand. Natürlich auch auf der Deckung von Usumov, der bisher noch geschlossen steht. Man ahnt diese Schnellkraft von Usumov. Er, der einst in Kasan, russischer Meister im Kraft-Dreikampf war. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm. Kniebeuge 270 auf dem Rücken. Bankdrücken, 160 Kilogramm, Kreuzheben. 250. Außerordentliche Werte, die er gern auch in den Ring transportieren würde. Andreas Graf in Torgo hat ihn überredet, in den Boxring zu treten. Und der erste Kampf in Borna, den hat er dann gleich durch K.O. gewonnen. Und seither steht fest für Adam Usumov. Ich finde mein Glück im Ring. Auch heute gegen Roman Fress. Im Moment ist die Überlegenheit des Mannes in der weißen Hose deutlich. Die Schläge sind längst nicht so hart. Zweite Runde geschafft. In seiner Ecke ist Shamil Kamirov. Selbst 30 Jahre Amateurboxer war ganz nah dran an der Quali für die Olympischen Spiele 1980. Der Mann hier mit dem roten Handtuch. Natürlich wird noch russisch gesprochen, aber Kamirov konnte dann seine guten Chancen nach einem Unfall bei der Roten Armee eben nicht antreten. Im Mittelgewicht startete damals Viktor Savchenko. So eine Legende holte Silber in Moskau. Geh nach rechts, geh nach links, geh vor allem zum Körper. Das ist die Anweisung von Shamil Karimov. Dahinter der Co-Trainer Alexander Kumaev. Auch er in Russland geboren in Kopaisk. Das liegt im Südural. So, die Frage ist, ob sich Roman Fress damit begnügt. Der hat das hier im Griff. Aber jetzt ab Runde 3, da kann er vielleicht auch mal ein bisschen mehr riskieren, ein bisschen variabler schlagen. Denn er spürt ja, im Moment kommt da relativ wenig von Usumov. Das kann ihn eigentlich nicht gefährden. Und dementsprechend gibt es die Möglichkeit für Fress hier zu einem vorzeitigen Sieg zu kommen. Das wäre sein neunter K.O. im 15. Kampf. Schön zum Körper. Aber das Schneckenhaus aus Tschetschenien ist noch geschlossen. Immer wieder in der Doppeldeckung. Usumov. Fress riskiert nichts. Das ist auch richtig. Bleibt in der Distanz, die klar für ihn spricht. Sie mögen ihn hier in Magdeburg, Roman Fress. Der mit sieben Jahren durch einen Freund im Boxclub Treusdorf in der Nähe von Köln zum Boxen kam. Die Olympischen Spiele 2016 verpasste, sich nicht gegen David Graf durchsetzen kann oder konnte. Und dann im Dezember 2017 dieser Monat ein ganz besonderer in der Familie Fress, also jetzt vor genau vier Jahren seinen Profi-Vertrag im Magdeburger SES-Team unterschrieb. Er hätte damals gern seine Pappe Willi mit in die Ecke genommen, aber Ulf Steinfurt hat das mal geradewegs abgelehnt. Wir haben mit Jörg Hohmann da einen professionellen Helfer in der Ecke. Jetzt ein bisschen offener. Und da sind nicht nur Jörg Hohmann, sondern auch Dirk Dschemski, der Cheftrainer Robert Stieglitz unterstützt. Ich habe es fast geahnt, dass dieser Stieglitz mit der Aktivität von Roman Fress in Runde 3 nicht zufrieden ist. Der will da mehr Aktivität, mehr Risiko. Und vielleicht haben Sie das kleine Widerwort von Roman Fress gehört. Oh, Trainer, ich will doch nichts riskieren. Aber einem Stieglitz ist das dann am Ende zu wenig. Will, dass die boxerischen Unterschiede hier deutlicher werden in dieser vierten Runde. Mal sehen, ob Roman Fress da jetzt mehr reingeht. Stieglitz hat auch vor der rechten gewarnt. Genau das wollte Stieglitz sehen. Usumov springt wieder rein. Jetzt gibt er ihm die kurze Pause Fress. Aufwärtshaken mit der Führungshand. Schwieriger Schlag. Jetzt zweimal angesetzt von Fress. Immer wieder zum Körper. Das ist eine gute Idee, mit den Schlägen zum Körper diese Doppeldeckung herunterzuziehen. Ganz kann sich kein Boxer schützen, Leber und Körper mit den Unterarmen zu bedecken. Das geht einfach nicht, so sehr sich jetzt Usumov auch versucht einzuigeln. Der anfängliche Elan von Roman Fress in dieser Runde wieder ein bisschen alarmt. Hier zuckt er kurz an. Und sofort die Reaktion von Usumov. Der eine einzige Idee hat, seine Rechte über die Führungshand rüberzuschlagen. Hier so ein Cross mit dem Kopf nach unten. Und das ist ja genau das, was Stieglitz vor diesem Duell gefordert hat, da den Aufwärtshaken reinzusetzen. Davon war vor diesem Kampf keine Rede mehr, weil Dortenzi halt nicht so funktionierte, wie sich Stieglitz das vorstellte. Aber diese Waffe von Fress, sie haben die Knockouts im Vorbericht von Thorsten Püschel gesehen, die hat halt sehr gut funktioniert schon. Und könnte auch gegen diesen Usumov das richtige Mittel sein. Aber nach wie vor stößt er vor allen Dingen den Jab, die linke Führungshand, hinein in seinen Gegner. Der jetzt auch schon die vierte Runde nahezu geschafft hat. Und das wird Adam Usumov durchaus als Erfolg bewerten. Er hat Probleme mit der linken Schulter. Da ist Dennis Lindner, auch sein Manager, hier rechts. Und der Kampfer hat sich in keinem Fall hinschmeißen. Aber diese fragenden Blicke von Adam Usumov, das sieht ein bisschen danach aus, dass sie diesen Kampf jetzt hier beenden wollen. Und genau so ist es auch. Der Kampf ist beendet. Roman Fress siegt durch technischen K.O. in Runde 5. Denn diese Runde, die Pause zumindest, die gehört zur neuen Runde. Fress hat es geschafft. Es war nicht so spektakulär, wie sie es vielleicht erwartet haben. Fress mit technisch, taktisch sauberer Vorstellung. Aber die Verletzung an der linken Schulter für einen ohnehin durch seine Fähigkeiten unterlegenen Gegner dann einfach zu hart. Hier trifft er ihn mal schön mit der linken immer wieder zum Körper. Keiner kann in diesen Adam Usumov hineinsehen. Er hat natürlich die Härte der Schläge von Fress gespürt. Wird jetzt an der Schulter gekühlt. Wird diese vier Runden Erfahrung mitnehmen. Zufriedenheit bei Ulf Steinforth. Mit kaputter Schulter. Das ist sicher, geht es genauso wenig mit wie mit kaputten Knien. Kaputter Finger, so etwas ist noch mal möglich. Aber... Schulter. Nee. Und damit geht dieser internationale Meistergürtel, den er schon mal besessen hat, an Roman Fress. Schwer zu verstehen, was da gesprochen wird. Adam Usumov. Hat das... ...mögliche getan. Er, der 27-jährige Roman Fress, gewinnt seinen nächsten Kampf vorzeitig. Fünfzehnte... ...Sieg. Insgesamt neun davon... ...durch... ...K.O. oder technischen K.O. Das hier ist ein klassischer technischer K.O., weil ein Abbruch Sieg... ...k.o. So wird das Urteil dann ausfallen gegen ihn hier, gegen Adam Usumov, der weitermachen wird, der Freude gefunden hat. Auch an dieser Woche hier, der sich in Deutschland etwas aufgebaut hat und dazu zählt auch diese Boxkarriere dazu. Zufriedenheit bei Roman Fress, es ist vorzeitig geworden, wie das seine Frau Lena erhofft hatte, kein großes Zittern. Und Lars-Christian Karde hat das erwartbare Urteil. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir haben einen Sieger durch TKO, durch Aufgabe in der Pause zwischen der vierten und fünften Runde und damit internationaler deutscher Meister, Roman Fress! Na klar will dieser Roman Fress mehr, er will Interconti-Titel und er will spätestens in zwei Jahren auch einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Dazu werden Sie hier, Robert Stieglitz und Roman Fress, auch diesen Kampf ganz genau auswerten. Und die ersten Erkenntnisse jetzt am Mikrofon bei Thorsten Püschel. Ja, Roman Fress, der nächste Gürtel in Ihrem Besitz. Gestern ein Weihnachtslied auf der Gitarre. Was war das heute für ein Kampf? Was für einen Song würden Sie denn über diesen Kampf schreiben? War das eher, oder was für Musik? War das Metal? War das Rock'n'Roll? War das Soul? Was war das? Immer wieder muss ich Sachen vergleichen mit meiner Musik oder allgemein mit Musik. Ist schwer, weil ich eher so in ruhigem Tempo eingegangen bin. Kontrolliert, vorsichtig. Der Gegner hat starke Schwinger. Auf die habe ich echt aufgepasst. Ich denke mal, das haben alle gesehen. Und ich muss sagen, meine linke Hand tut weh. Der hat einen Eisenschädel. Also, wäre das noch weiter gegangen, wäre die bestimmt gebrochen. Ohne Witz jetzt. Also, die tut mir echt weh. Also, großen Respekt an meinen Gegner. Der hat ein Herz. Ich hoffe, dass er schnell wieder gesund wird mit der Schulter. Und ja, es geht weiter. Wenn es um Musik geht, würde ich sagen, smoke on the water. So, Ihr Trainer, Robert Stieglitz, war am Ende der dritten Runde nicht ganz so zufrieden mit der Aktivität. Wie haben Sie das selber erlebt? Ja, klar könnte man ein bisschen aktiver sein. Klar müsste ich ein bisschen mehr auf Robert hören in dem Moment, aber irgendwo schätze ich das in der Situation ein und mache das Beste draus und war immer noch ein bisschen vorsichtiger. Ich habe gemerkt, okay, da kommen die Schwinger, da kann eine Schlaghand von Ihnen als Schwinger kommen. Und darauf habe ich aufgepasst. Da war mir noch keine Blockade, aber ich war vorsichtig. Und zu Recht. Das war ein relativ erfolgreiches Jahr in sportlicher Hinsicht für Sie dieses 2021. Jetzt steht 2022 vor der Tür. Was sind die Ziele dafür? Ziele, das muss ich erstmal mit meinem Promoter durchsprechen. Ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, ich kann nochmal meinen Interconti-Titel verteidigen. Mein Wunsch wäre es, ein neuer Titel, einer der Weltverbände, ein neuer Titel. Das wäre mein Wunsch. Mal gucken, ob es klappen wird. Es liegt alles an mir. Ihre Frau Lena hat uns gerade verraten, die meisten Weihnachtsgeschenke hat Sie schon eingepackt. Wie ist es bei Ihnen? Nochmal. Die meisten Weihnachtsgeschenke hat Ihre Frau schon eingepackt. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie überhaupt Zeit dafür gehabt? Ich kann nicht einpacken. Das macht sie schon gut. Das macht sie schon sehr gut. Und da vertraue ich ihr und die macht das schon sehr schön. Ich bin sicher, Sie werden trotzdem was Spannendes für Ihre Frau und Kinder finden. Danke, Roman Fress. Vielen Dank. Frohes Weihnachtsfest für Familie Fress. Auch wegen dieses vorzeitigen Sieges. Sie sind natürlich immer ein bisschen zurückhaltend mit der Prognose. Aber er ist Kapitän des Team Deutschlands. Sein Vorgänger, sein Vorbild Dominik Bösel ist Weltmeister, hält diesen Titel. Und das will er natürlich auch irgendwann wann. Wir werden es sehen. Adam Usumov hat verloren, ist jetzt bei Torsten Püschel. Adam Usumov. Leider haben wir eine Störung. An der schnellen Behebung wird gearbeitet. So bald wie möglich sind wir wieder für Sie da. Roman ist ein guter Gegner. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Weitere Kämpfe. acompat it Vielen Dank.